Als ich das gehört habe, dass eine Frau mich unterstützen will, ich konnte es gar nicht richtig glauben. Für mich ist es etwas, was nicht normal ist, dass Leute zu mir kommen und sagen, ich finde dich toll, ich möchte dich unterstützen. Wir haben halt einfach Freude an Pferden, an jungen Pferden, aber Pferde brauchen auch Reiter und von daher haben wir Freude daran, junge, talentierte Pferde mit jungen, talentierten Reitern irgendwie zu verbinden und das ist Trenden mit Levino. Es gibt diesen Talent-Pool und mein Bundesländer hat mich vorgeschlagen und ich war natürlich total glücklich darüber, dass mich jemand so aufnimmt und ich habe mich einfach direkt sicher gefühlt und so dass jemand hinter mir steht. Dann sind wir halt zu dem Geschüt gefahren und dann durfte ich ein paar Pferde reiten, was mich halt total glücklich gemacht hat, weil die Chance hat man nicht immer. Ich schätze natürlich schon sein ausgesprochenes Talent, das er hat, sein Gefühl für Pferde. Und das zu sehen, das bereitet mir Freude. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020